Herzlich Willkommen. Thema dieses Videos ist die gerade Vorwärtsrolle MyKiten. Warum es so kurz ist, wird schnell klar werden. Doch zunächst zur Grundform. Wir senken den Schwerpunkt ab und beugen uns tief nach unten zu den Füßen, als wollen wir durch unsere Beine durchtauchen. Das Kinn kommt zur Brust, die Arme in einer Art Schutzhaltung über den Kopf. Man kann während man in die Rolle geht mit den Armen den Kontakt zum Boden herstellen und in die Rolle hineingleiten oder sich mit etwas Schwung in die Rolle reinfallen lassen, sodass man wieder zuerst mit dem Schulterblatt Kontakt bekommt. Der Rest der Rolle ergibt sich eigentlich schon von selbst. Wichtig ist nur, dass nicht mittig über die Wirbelsäule gerollt wird. Es wird gerade über den Rücken gerollt, aber eben entweder über die rechte oder die linke Hälfte des Rückens. Hier in diesen beiden Aufnahmen schön zu sehen, einmal über die rechte und einmal über die linke Seite. Wie man im Folgenden sieht, ändert sich nichts an der Rolle. Wenn ich mit meinen Händen meinen Gürtel festhalte oder irgendwelche Waffen trage. Es gelten einfach die üblichen Basics aus dem Grundlagenvideo.